Ich sitze in einem Box-Ressort, Box-Share. Ich habe Bock auf ein langes Wochenende mit mir. Montag ist ja Freitag. Freitag. Danke, Micky. Wo könnte der Gegner nur sein? Hä? Es sind zwei Teams. Micky, hinter der Tür. Warum denkt ihr, ich habe was genommen, wenn ich eine gute Laune habe? Ganz komisch. Ich habe Angst vor Amar-Fans, aber irgendwie geil. Das Endspiel zu erreichen ist auch in diesem Jahr unser Team. Oh mein Gott. Danke schön, Kuss. Ey, Vanyu ist herzlich willkommen. Er soll mir auf Instagram schreiben. Versuch mal, das mit einer Hand kaputt zu machen. So geil. Warum sollte ich das tun? Neunte einfach so. Hä? Wie kann das sein? Nein. Ne, der Banane nimmt mich mit. Wow, was passiert denn hier? Alter, einfach seine Schwester aus seinem Schlafzimmer. Fucking weird champ. Aufrecht dastehen. Durchdacht antworten. Nicht irgendwie äh, 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 äh. Sascha zwei Minuten zuvor. Er hat Bett. Oder er fühlt es anders. Ja, ja. So ist es wie die Testzeug. Einfach so. Am Ramadan darfst du erst nach Sonnenuntergang essen. Nach Sonnenuntergang isst man. Hä? Wenn ich das Licht in meinem Zimmer ausmach? Die Sonne ist dann trotzdem noch an, also... Ist auch Sonnenuntergang. Da würde ich essen. Ach, Micky, alter. Gut gesniped. So, einer war noch kurz vor... Ah! Oh mein Gott. Chat. Ihr versteht das nicht. Ich dachte grad, das ist ne Spinne. Und das waren einfach meine Kordeln von der Hose. Das war der erste und letzte IRL-Stream. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Ey! Wiederschauen. Hallo. Und reingehauen. Oh mein Gott. Ey, ich fick doch diese IRL-Streams, Alter. Wirklich. Wird die App enden. Nicht in meine Capri-Zone gesteckt, du Komme. Guck mal, das geht nicht rein. Dickegang, du tust mir so leid, Bro. Aber, blessings, ich hab deinen Namen auf meiner Brust. Zwei Tage zuvor. Digga, was ist mit meinem Strohhalm passiert? Schaut euch das an, wir sammeln damit drinnen, Bro. Digga, warst du das scheiße rausgedacht, Bro? Oh, way too cool. Ja, okay, ich wollte auch ein Hörbogen abonnieren. Okay, alles klar, Bruder. Wie soll man hier draußen schlafen und chillen? Das macht gar keinen Sinn, dass er meine AirPods nicht benutzt. Hallo? Chillig, 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 chillig. Bands? Äh, ja. Weiß nicht. Das ist sein Lieblingsband. Digga, wie findet Sascha so schnell immer? Mein Chat muss mir mehr... Ich brauch Empfehlungsschreiben. Ich brauch da... Rafflinks. Ich brauch... Ich brauch diese direkte Empfehlung von Viewer zu mir. Ich brauch einfach eine Instagram DM, wo steht, guck mal... Äh... Ja, John? Ja? Ich hab mir halt Vorsätze gemacht, dass mein Zimmer auch weiterhin ordentlich bleibt. Das hört sich doch schon mal gut an. Dass ich quasi einfach... Das war's dann wohl mit dem Vorsatz. Chillig, Bro. Ja, scheiß drauf. Digga, Enten sind eigentlich immer in einem See. Oder im stillen Gewässer. Die chillig cruisen die bitte den Fluss runter? Was ist die für eine Geschwindigkeit drauf? Ich schrubb eigentlich mal. Das macht doch übel Spaß. Würde ich den ganzen Tag machen, halt. Ente? Digga, ich seh auch Try Makes No Drug als Ente. Ich glaub, der hat sogar bisschen was damit... Also, so genetisch ist es halb-halb. Ganz knappes Ding. Was ist das für ein Spiel? Oh mein Gott! Ich dachte, ich wär jetzt schon eine letzte Runde. Oh nee, Digga! Guten Tag. Voto eines seltsamen Vogels. Ist da Sascha drauf? Ohhhh! Ohhhh! Was geht dir? Wie gut siehst du aus. Na, danke, du auch. Red ich mal kurz bitte um. Kevin töten, Opa. Ah, nee. Digga, gut, dass ich da raus bin aus dieser Bubble. Red ich um. Oh, ja. Im Sicherungskasten reintun soll, ne? Imagine, du hast die Möglichkeit in Videospielen keine Frauen zu belästigen. Du machst es trotzdem. Ich bin ehrlich. Ahhhh! 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 Guck mal, was hab ich denn für ein Gemüsekraut auf dem Kopf mittlerweile? Ja. Hahaha! Hahaha! Deutsche Albert Einstein! Junge, das muss geerntet werden! Guck dich das an! Was ist das? Deutsche Albert Einstein! Anime! Ich muss dem ausweichen, ne? Kann das sein? Ja, auch! Damn! Boy! Ahhhh! Und tot! Chillig, 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 chillig! Mutig und freundlich, so tapfer und scheiße! Beide sind übertrieben geil, was geht ab? Können wir vielleicht zu dritt uns mal treffen und einfach mal reden? Seid ihr am Start? Ich glaub ich nicht. Ach, das hat's grad holen. Falt unter Bäumen und Steinen, in dieser Höhle, da sind sie zu aus! Beide sind super geil und auch echt sympathisch, lass doch treffen. Ihr seid doch beide grad auf Madeira, können wir vielleicht zusammen mit Whirlpool gehen? GUMMIBÄR! Hübschen hier und dort und überall! Ich werd schon besser abschneiden, weil du ein Schwanz bist. Waaah? Oha! Hast du nicht? Im Stream hast du Schwanz gesagt! Wo hast du es gesagt? Warte, Pilze! 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 Hey! Mann! Mann! Ey, ich krieg nur Pilze! Ey, das ist so... Ach! Ich mit den Jungs in Amsterdam. Mann! Okay, jetzt hab ich mir auch was gebrochen. Scheiße! I believe in Mirko! Oh! Nicht hochgehen! Nicht hochgehen! Oh mein Gott! Nicht hochgehen! Nicht hochgehen! Nein! Bitte? Evandy schaut seinen Stream und schreibt etwas. Because! When the sun shines, we shine together! Told you, I will here forever! Said, I'll always be your friend! Of the... The... Keiner will mit dir ins Bett springen, du Misset! Digga, frag doch mal deine Mutter oder deine Schwester! Obviously schon! To the end! Damals war's ich bronze! Evanyu, komm morgen vorbei! Heute muss ich duschen! Hey, was? Heute bin ich Silber! Ich und meine Boys, wir sind die besten Winner, ey! Ist das LAN-Kabel im Hintergrund? Stimmt! Oh, hier sind doch Parkplätze, oder nicht? So, hier kann man noch parken! Also das sieht mir legend nach Parken aus! Maxi, 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 Maxi! Bro, was machst du? Komm doch rein! Komm doch rein! WTF? Ich bin sorry Sascha! Immerhin sind wir alle hier! Hohin wir! Hohin wir! Hohin wir haben! Ich hab ihm auf IG geschrieben! Der Lunge ist sehr lost, Alter, wo er hinrennt! AUSH! AWA! Kevin, sehr schlecht gespielt! Danke schön! Cus, Cus, Cus! Ich sei sehr Toast! Weißt du, so'n Girl würde trotzdem ein paar Rechtszwipes bekommen bei Tinder! das ist einfach so unfair willst du mich küssen die andere ist verbrannt ich weiß ich bin funny aber können wir uns küssen die lampen die man tauben aufgehängt zum trocken danke brate hey was soll ich denn machen ich habe auf instagram geschrieben ein pfund sind noch 12 12 ist ein dutzend neben mir beim fenster einfach immer so 2000 die 12 ist eine dekade 10 ist ein pfund oder ist 12 eine dekade und 10 ein dutzend oder ist 10 ein dutzend oder 12 eine dekade oder ist 10 eine dekade und 12 ein dutzend und ein pfund sind fünf kann ja alles sein die da einfach chillen und mich angucken ein pfund sind nicht zwei liter wurde gestern aus der bibliothek geschmissen weil ich ein buch über frauenrechte in die fantasy abteilung gelegt habe so richtig oder kevin gecancelt was darf man und was darf man nicht ich habe in den letzten wochen die terms of service studiert ich habe sie inhaliert habe sie mir durchgelesen ich habe fragen gestellt und ich bin sie von a bis z durchgegangen wieso weshalb warum weil ich das wollte der finn fragt darf man steife hundepimmel zeigen das tut einfach weh das zu lesen der spiel ist der finn echter montana blackfans macht er sich einen neuen account und donald hat nochmal seinen monatsgehalt rein spiel nichts mehr erstmal die high ground boys jungen noch nie so schnell jemand finde ich sehen